Musik Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Nein, heute ausnahmsweise kein Clash of Clans, die Rede ist von Clash Royale Ihr habt es gesehen, das Supercell Logo, das aller aller neueste Spiel von Supercell Und dadurch, dass hier Clash of Clans Charaktere implementiert sind Dachte ich mir, wir machen heute Abend einen Special Abend und schauen uns das Ganze an Ganz zu Beginn, ihr werdet die App im App Store nicht finden, es ist ein Soft Launch Das heißt, die App ist nur in einigen ausgewählten Ländern verfügbar Einfach weil Supercell testen will, ob alles so weit rund läuft New Zealand, Kanada als Beispiele sind verfügbar Die genauen Länder, wo es verfügbar ist, findet ihr auf der Clash Royale Webseite Und es ist kein Clash of Clans 2 Es ist ein eigenständiges Spiel Ich habe mir ein paar Hintergrundinfos natürlich geholt Es wurde entwickelt von einem neuen Entwicklerteam Ein paar waren früher bei Clash of Clans dabei Es gibt jetzt aber keine Entwickler, die sowohl bei Clash of Clans als auch Clash Royale arbeiten Clash of Clans wird auch genauso parallel weiterlaufen Also das ist hier keine Ablöse Sondern ja, Supercell ist immer ehrlich Will einfach mehr Geld machen Und bringt dir ein Spiel, das ganz grob in die Richtung Hearthstone geht Also das ist ein bisschen ein Kartenspiel Und ich habe selber noch gar nicht gezockt Ich habe mir bisher nur ein Video von Chief Pet angeschaut Und wollte mit euch jetzt einfach so einen First Look machen Und wir fangen direkt mal an Welcome to Clash Royale Challenger, let's complete some training matches first Also ein paar Übungs-Matches Und es ist besonders, man spielt hier gegen Live-Gegner Das jetzt wahrscheinlich noch nicht Man muss hier die gegnerische Base zustimmen Unten haben wir unsere Karten Und man kennt schon ein paar Sachen Wir haben hier einen Mauerbrecher Wir haben hier einen Barbar Wir haben hier einen Bogen Und ihr seht, ich nehme die und ziehe die hin Und die kosten jetzt drei Elixier Das Elixier geht weg Aber wie ihr seht, das füllt sich auch wieder auf Hier nehmen wir den Bogen Oh, jetzt kommt beispielsweise ein Riese dazu Wir haben auch einen Feuerball Den schießen wir jetzt einfach mal da vorne hin Und dann kommt hier diese Animation Dann setzen wir mal einen Riesen Nehmen mal einen Mauerbrecher Der in diesem Fall keine Mauer zu zerstören hat Aber der wird dann laufen und explodieren Jetzt nutzen wir mal diesen Pfeilhagel Und ihr seht, zur Verteidigung momentan Bogentürme Und in der Mitte schießt eine Kanone Und wir kommen jetzt mal mit allem von der einen Seite Und haben jetzt die erste Krone In dem Fall verdient Und den ersten Turm zerstört Und ihr seht, hier unten gibt es auch immer einen kleinen Cooldown Und jetzt geht es hier an die Hauptbase Und sobald wir was einnehmen Können wir die Einheiten weiter vorne setzen Jetzt wollen wir aber rechts diesen Turm auch noch einnehmen Und sobald das Hauptgebäude zerstört wurde Da gibt es drei Kronen Und wir haben, ja, mehr oder weniger alles bekommen Ihr seht, es gibt hier auch Clans Da steht dran No Clan Und wir haben eine Wooden Chest bekommen Wollen wir eine Mitteilung erlauben? Ja, wir erlauben das mal Und bekommen jetzt diese Chest Und wir tippen mal drauf Gold und zwei Karten Start Unlock 15 Sekunden dauert es Und auch hier kann man mit Gems Rüber oben links sehen wir den Level In der Mitte unsere Gold Und rechts sehen wir Diamanten Clan haben wir es noch keinen Und wir haben hier ein Training Camp Gehen wir mal durchs Menü kurz durch Hier haben wir mein Player Profile Haben wir Statistiken Unser Deck, also was für Karten hier haben Unseren Level Unseren Königt Tower Und unsere Arena Tower Dann können wir hier auf die Einstellung gehen Musik an und aus Landschaften Ein Device verbinden Den Namen ändern, wenn wir das wollen Das lassen wir aber alles so Hier unten schauen wir auch mal rein Haben wir einmal einen Shop Wo wir Der bei Arena 1 Unlockt wird Dann haben wir hier unsere Karten Also ist wie gesagt ein Kartenspiel Wo wir sich dann eigene Decks haben Hier unser Battle Arena Da gehen wir direkt mal darauf Die Truhe zu öffnen Und bekommen Gold Plus 16 Eine Ressourcenkarte Und bekommen Einen neuen Barbar Oder ja In dem Fall ist es eher Ritter Und bekommen Nochmal Arrows Also den Hagel Jetzt können wir auf die Karten gehen Und wenn wir hier hinauf tippen Können wir upgraden Für 5 Münzen Und können dann so unsere Karte Beziehungsweise den Ritter upgraden Er bekommt mehr Hitpoints Macht mehr Schaden Und hält mehr Und teilt mehr Damage aus Also das gibt es beispielsweise nicht Bei so Karten upgraden Und wir können auch hier den Pfeilhagel upgraden Auch das machen wir gleich mal für 5 Gold Und auch hier wurde Damage erhöht Und auch hier kann man auf die Info gehen Und bekommt ein paar Infos So was haben wir dann noch hier Haben wir einen Chat Wird ab Level 3 Geupgradet Da werde ich natürlich Den eigenen Clan gründen Und TV Royale Wird auch bei Arena 1 Dann gehen wir nochmal in die Mitte Und ich würde sagen Heute zu Beginn Wir nehmen auch ein zweites Kämpfchen mit rein Ich denke Ich werde einen eigenen Sende Platz für Battle Royale Machen Neben FIFA und Clash of Lens Weil ich jetzt ein paar Wochen testen Wenn ich es cool finde Bleibt es drin Wenn ich es nicht so cool finde Ähnlich wie Boombeat Schmeiße ich es raus Und wir haben hier Elixier Und Card Deployment Cost Das wissen wir mittlerweile schon Und wir dürfen hier direkt wieder anfangen Und hier wird es sicher auch ein paar Taktiken geben Wir fangen jetzt einfach mal Ja Wie so ein Amateur an Und setzen einfach mal ein bisschen Und schauen Was so passiert Hier der Ritter Ihr seht auf Level 2 Hält schon ganz gut was aus Obwohl er da von dem Bogenturm Fokussiert wird Die Bogen halten ein bisschen weniger aus Und jetzt kamen auch Goblins Zur Verteidigung Der Minenwerfer Ich wollte schon sagen Die Mauerbrecher explodieren hier nicht Sondern Werfenbomben Und ich denke mal Wir fokussieren uns jetzt so Dass wir erstmal von einer Seite kommen Und da dann reinmarschieren Und ich habe das ja vorher schon angesprochen Wenn ein Turm zerstört ist Kann ich die Truppen auch näher vorne setzen Und hier wurden jetzt gerade die Einheiten Gleich schon Ähm Zerstört Und es kommt hier noch ein Riesen Ich denke auch den wird man am besten Zum Tank benutzen Aber ihr seht auch am Anfang Das Ganze noch relativ simpel Das Ganze zerstört Grafik ist ein netter Look Erinnert auch Ja mal wieder Ein bisschen an Clash of Glance Also so ein netter Comic Stil Hier die nächste Truhe Können wir auch in 15 Sekunden wieder öffnen Und Training Progress Also man muss am Anfang sieben Kämpfe machen Damit dafür das Training gewappnet ist Wir öffnen jetzt auch die Truhe Und machen dann gleich nochmal einen weiteren Kampf Und schauen wie sich das Ganze hier entwickelt So wir gehen mal auf Open Bekommen nochmal Gold Bekommen einen weiteren Ritter Und bekommen Musketeer Eine neue Karte und eine seltene Karte Das wird interessant Da können wir gleich mal auf die Karten drauf Und schauen uns mal an Was die Kleine denn drauf hat Hitpoint 340 Damage nur 20 Sie greift Boden- und Luftziele an 1,1 Sekunden Ihr Geschwindigkeit ist Medium Und don't be fooled by her delicately coiffed hair Keine Ahnung was das heißt The Musketeer is a mean shot with her trusty boomstick Okay So Dann schauen wir mal einen Ries noch an Slow but durable Also den benutzen wir hier auch ganz normal zum tanken Ganz vorne hin Und dann gehen wir Direkt nochmal in die Arena Und machen den nächsten ab Und was auch schon gesagt wurde Ich hab mir die FAQ durchgelesen Eventuell kommen ein paar Charaktere Die jetzt hier neu eingeführt werden Ins Clash of Clans Universum Und wir fangen mal hier mit dem Musketeer an Und schauen mal was die Kleine drauf hat Hat hier eine Eine Pistole dabei Das passt vielleicht nicht ganz Zu Clash of Clans Und sie hält nicht so viel aus Aber sie macht einen guten Schaden Also vielleicht so ein bisschen Das Pendant zum Magier Ich weiß nicht ob mich hier ein Magier Auch noch anlocken kann oder nicht Wir machen jetzt am Anfang mal die Ritter zum tanken Was ich jetzt noch nicht weiß Inwieweit hier die Reihenfolge bestimmt wird Was als nächstes kommt Ihr seht immer unten Die Cooldowns Und dann seht ihr immer unter Next Welche Truppe als nächstes verfügbar ist Weil bei Bei Hearthstone Also dem Kartenspiel ist es ja so Dass man sich wirklich eine feste Ein Deck zusammenstellt Ich glaube hier Passiert das eher zufällig Und jetzt müssen wir auch mal Deutlich länger warten Bis hier Elixier wieder da ist Weil die Truppen natürlich Dementsprechend Kostenintensiv sind Und hier rechts greifen wir jetzt mal Ein paar Slettfallen an Die werden aber vom Bogenturm Direkt zerstört Und wir fokussieren uns weiterhin Auf die linke Seite Und gehen direkt Ja auf den Hauptturm Aufs Rathaus Wenn man es so nennen will Das erste Feedback So auf Facebook Ja viele haten Viele sind unzufrieden Viele sagt Hey kümmert euch lieber auf Clash of Clans Bringt das alte Clash of Clans zurück Ich sehe es nicht schlimm Ein neues Element Ich muss jetzt sagen Ich war am Anfang Von dem ersten Trainer Nicht ganz so angetan Muss aber ehrlich sagen Dass so die ersten Minuten Hier des Spielens Wirklich absolute Premiere Mit euch zusammen Eigentlich ziemlich Spaß machen Also müsste ich lügen Wenn dem nicht so wäre Ist ganz unterhaltsam Wir haben jetzt hier unseren Riesen Der auf die Festung hinauf geht Und der rechts seht Ihr Goblins angreifen Aber da stecken wir so gut Wie keinen Schaden ein Und wir haben auch hier Das Zentrum wieder Zerstört Wir kommen wieder Unsere drei Kronenwertung Ist einfach am Anfang halt ja Trainer Mike Also zum Einführen Und bekommen eine weitere Tour Die wieder in 15 Sekunden Unlockt werden kann Die warten wir noch ab Und dann denke ich Wir haben noch einen Fight Und dann schauen wir mal Wie sich das Ganze So weiterentwickelt Und ihr könnt mir auch mal gerne Eure Meinung schreiben Ob ihr auch schon Eventuell wie ich So frech seid Und einen ausländischen Account habt Und euch das Spiel Auch schon laden könnt Das ist wirklich erst Zeit heute verfügbar Also Alex hier ausnahmsweise Mal brandaktuell Und haben hier Ist ein Upgrade zur Verfügung Also wann es mit dem Upgrade geht Weiß ich noch nicht Da brauchen wir dann vielleicht Zwei Karten Und hat dann die Möglichkeit Zum Upgraden Können Bomber Heißt der hier Also nicht mehr Mauerbrecher Passt ja auch nicht mehr ganz Und haben den jetzt hier Auf die nächste Stufe Upgradet Hier eins von vier Eins von zwei Ich denke man muss dann Dementsprechend einfach Die Karte häufiger ziehen Und hat dann so die Möglichkeit Zum Upgrade So wir gehen in den nächsten Fight Das Training Camp Und sehen hier wieder Zwei Bogentürme Und fangen jetzt mal Mit einem Giant an Der dementsprechend Schon mal gut teuer ist Und machen direkt dahinter Jetzt die kleine Lady Den Musketeer Und jetzt haben wir eigentlich Die perfekte Combo Ihr seht aber Es werden auch mehr Truppen vom Gegner Gesetzt Die hier dem Riesen Auch schon mal Gut zusetzen Jetzt nehmen wir gleich Auch nochmal einen Ritter Der auch tanken darf Weil der Riese Wird es bald ausgedient haben Aber auch er Ihr seht das Macht schon einen ganz guten Schaden Und hat es sogar noch überlebt Sollte aber jetzt dann So ist es drauf gehen Und ihr seht auch Das Elixier Was er gekostet hat Fällt dann wieder Auf den Boden Und wann man jetzt Den Bomber setzt Also simple Ritter Oder Riese zum tanken Dahinter dann die Bogen Oder den Musketeer Und jetzt sehen wir hier Den Bomber Am Bombenwerfen Und jetzt hauen wir Noch einen Feuerball rein Und dann sollte das Ding Auch down sein So ist es Feuerball haben wir Gar nicht mehr gebraucht Haben wieder drei Grönchen bekommen Und wieder eine Wundenchest Dann schauen wir noch Was in dieser Truhe Drin ist Ich weiß es nicht Schreibt mir das auch mal In die Kommentare Soll ich das Spiel Nur mit euch spielen Oder soll ich zum Beispiel Jetzt die letzten Training Camps schon mal Alleine spielen Also das könnt ihr mir Auch gerne in die Kommentare Schreiben Werde ich dann so machen Wie ihr wollt Also wenn ihr sagt Nee spiel ruhig selber ein bisschen Schon mal Dann mach ich das Und ansonsten Kann ich auch so machen Dass ich nur dann spiele Wenn ich ein Video mache 15 Gold Gibt es dazu Einen neuen Bomber Und einen Prince Eine Epic Card New Card Unlocked Sehr sehr nice Dann schauen wir uns doch Zum Abschluss noch an Was der Prince denn kann Kostet 5 Elixier Hit Points Damage Er greift nur Bodentruppen an Medium Speed Und Don't let a little pony fool you Once the Prince Gets a running start You will be trampled Das macht doppelten Damage Wenn er angegriffen wird Sehr sehr interessant Also den Prinzen Werden wir in der nächsten Folge Uns anschauen Das war es die ersten Folge Zum neuen Spiel Von Supercell Kein Clash of Clans 2 Aber vier Elemente Ich muss sagen Vom ersten Eindruck Ich bin ganz angetan Schreibt mir gerne mal Eure Meinung dazu Unten in die Kommentare Wenn es euch gefallen hat Keine Sorge Wie gesagt Ist das jetzt nicht Clash of Clans Ich habe es einfach heute An die 18 Uhr Folge gesetzt Weil es doch Was besonderes ist Lasst sehr sehr gerne Einen Daumen hoch da Und wir sehen uns dann In Zukunft denke ich eben Ähnlich wie FIFA An dem FIFA freien Tag Um 14 Uhr Zu einer weiteren Folge Clash Royale wieder Ich bin für heute raus Macht's gut Bis zum nächsten Mal Ciao ciao Ciao